Der Lokaljournalismus an sich ist natürlich, der wird nicht einfacher, weil es den Lokalzeitungen einfach nicht besonders gut geht, weil wir viele Leser verlieren, diese klassischen Printleser und online einfach noch nicht genug Leser nachkommen und dadurch haben Reporter, Lokalreporter, immer weniger Zeit auf Recherche zu gehen und vielleicht auch wenig Zeit, also vielleicht haben die auch gar nicht am Ende immer die Zeit, sich dann für so eine Nebengeschichte zu entscheiden und praktisch nochmal neu mit der Recherche anzufangen. Also das ist schon ein Luxus, aber ein Luxus, den man sich unbedingt leisten sollte.